Hallöchen, ihr Lieben! Wir möchten euch mal kurz ein Update geben zu den ARK-Streams. Diese finden nämlich ab sofort nicht mehr am Samstag statt. Seid nicht traurig darüber, denn das Ganze verschiebt sich einfach nur um einen Tag nach vorne. Freitag ist jetzt quasi immer ARK-Zeit. Freitag ab 19 Uhr geht's dann auf Twitch immer los. Und das Ganze dann auch schon ab dem 13., sprich morgen, Freitag der 13., ab 19 Uhr auf Twitch, unser ARK-Stream. Den Link zum Kanal findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und das soll es auch schon gewesen sein. Wir sehen uns also Freitag ab 19 Uhr auf Twitch. Bis dann noch eine schöne Zeit. Ciao!